Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Bibliothek Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Bibliothek Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs-Nahrungs Nein, bin ich nicht! Zwei Tassenreiß. Mutal. Okay, Moment mal. Du willst mir also erzählen, du schmeißt diese Jungs in kochendes Wasser und sie schrumpfen und sie werden rot und sterben? Ja, genau. Das ist ja so derbe Metal. So was habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Geh mir fünf. Preistück. Neuengang sechs. Roten Party Let's Line. Wie geil ist das? Und vergischt sie nicht unser Sonderangebot. Epic Bomb Broken Chicken. Beeilung. Gib sie in Nathan. Und genießen sie unser leckeres Hammer Smashed Faith. In Gang 3. Ich lach gern. Hi. Hi. Weißt du was, du bist ne G-Milf. Das ist ne Großmütte, die ich gerne mag.